Hallo und herzlich willkommen zum neuen Beta Simplex Video. Hier seht ihr eins der Jungtiere schon mit deutlicher Zeichnung. Dahinter ist ein etwas größeres Jungtier, was hier schon drin war. Und hier gibt es Mückenlarven und da seht ihr schon die ersten Männchen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ein paar Männchen dabei sind, nicht so viele Weibchen und das scheint sich zu bestätigen. Das heißt, es kann sich eine schöne Gruppe bilden und das Umsetzen ist geglückt, würde ich mal sagen. Da ist keiner. Das könnte ein Weibchen sein. Die verstecken sich alle hier im dunkleren Bereich, wie ihr seht, und haben irgendwie das mit dem Füttern nicht so mitgekriegt, aber ihr seht da schon deutlich an den schwarzen Strichen die Männchen. Und die sehen aus, als wenn sie in der Überzahl sind. Was mich natürlich sehr freut, weil beim Simplex ist es so, dass mehr Männchen auf weniger Weibchen gesetzt werden, weil die Weibchen sehr, naja, paarungsfreudig sind. Und die schimmern auch schön, die Tiere haben aber jetzt scheinbar nicht so die Lust auf Mückenlarven. Vielleicht kommt das noch? Es ist auch das erste Mal, dass Mückenlarven gegeben werden, also rote. Genau. Wollte ich euch mal eben kurz zeigen, dass das hier super klappt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag einmal auf Wiedersehen.